Herzlich Willkommen bei POTANANDA zum mystischen Waldwanderung und wir befinden uns hier an einem Waldparkplatz. Das Ganze ist eine geführte Wanderung vom Regionalverband Ruhr. Wir sind super gespannt, nachdem das beim letzten Mal nicht geklappt hat, weil wir uns irgendwo verfranst haben. Bin ich mega gespannt, wie es wirklich wird. Es hat ein bisschen angefangen zu regnen und ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, wie lange wir wandern werden, wer dabei sein wird, ob wir eine Taschenlampe oder eine Fackel nutzen. Also das wird auf jeden Fall eine echt ganz besondere Erfahrung. So, die Gruppe hat sich vollständig versammelt, mit ein kleines bisschen Verzögerung am Wanderparkplatz und wir sind jetzt hier an der biologischen Station Recklinghausen. Kurze Sicherheitseinweisung im Umgang mit Fackeln. Na klar, wir machen eine Fackelwanderung. Es ist ein Familien-Event, zu groß und zu klein. Das Ganze wird gute zwei Stunden dauern und ich hörte irgendwas von über fünf Kilometer. Es geht gleich los, auf geht's in den Wald und Taschenlampe aus. So, wir sind an der ersten Station, der erste Zwischenstopp und wir erfahren was über den Wald, natürlich. Dafür haben wir zwei Ranger dabei, also besser geht's nicht. So, wir haben jetzt den Feuerwachtturm Galgenberg erreicht. Einige Stationen sind jetzt schon hinter uns und wir konnten vieles dann schon über die nächtlichen Waldbewohner erfahren und wir hören und werden immer wieder begleitet von den Rufen vom Waldkauz. Faszinierend, der ist wirklich laut und scheinen uns hier zu beobachten. Wirklich faszinierend, die Geräusche im Wald. Wahnsinn! So, da sind wir wieder zurück an der biologischen Station am Naturparkhaus, hier am Hof Punzmann. Also, eine mystische Wald- oder Nachtwanderung mit Fackeln hat eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ganz besonders attraktiv, natürlich mit und auch für Kinder. Das ist eine ganz aufregende Sache. Man ist wirklich in einer Gruppe unterwegs und die Ranger können wirklich jede, jede Menge über auch den nächtlichen Wald erzählen und weisen uns auch immer wieder auf die Geräusche hin, die wir wahrnehmen können. Also, für jeden von euch ein absoluter Tipp hier. Schaut beim Regionalverband Ruhr vorbei in dem Veranstaltungskalender und schließt euch einfach mal vielleicht demnächst wieder bei einer Gruppe hier an. Also, von mir einen uneingeschränkten Tipp. Viel Spaß, vergesst da rausgehen nicht. Euer Schrömi von Portananda. Ciao!